Herzlich Willkommen in der faszinierenden Traumwelt der Bucht. Über 300 authentisch, perfekt bemalte und mit außerordentlich viel Liebe, bis ins kleinste Detail ausgestattete Porzellanpumpe werden auch Sie begeistert. Viele dieser ausgestellten Exponate sind mehrfach preisgekrönt. In diesen bezaubernden Puppengesichtern spiegelt sich ein Teil der Seele der Puppenkünstlerin Brigitte Ritsch. Ob deutsche, französische, Künstlerpuppen oder Automaten, hier stammt die Puppe nicht vom Band. Wir machen sie mit Herz und Hand. Vom kleinen Püppchen, exklusiven, antiken Puppenzubehör bis hin zu liebevollst bemalten Snowbabys, alles finden Puppenliebhaber im Brigittes Puppenhaupt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020